Brenner weg, Maradar, keine Finanzzahlen aus, Bregenz und Leoben versinkt mal wieder im Chaos. Zwarer Konferenz Episode 108, der Monte Schlacko brennt. Kann ich loslegen? Keine Chance, das ist ein bisschen. Jalec, oder? Das heißt, probieren wir es, probieren wir es. Ich schau an. Liga 2. Warte, wie noch mal nicht? Mein Gott. Sag zu mir. Ich schau an. Liga 2. Ich komme nicht raus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an. Als 2021 in Leoben die Mission 2028 ausgerufen wurde und in den Jahren danach der Aufstieg in die 2. Liga gelang, klang alles nach einem Fußballmärchen. Mittlerweile entwickelt sich die Situation in der Obersteiermark, aber in Richtung Horrorfilm, bei dem es kein Happy End geben wird. Was ist passiert, Patrick und Harald? Hauptsponsor TGI Gold ist ausgestiegen. TGI AG. Entschuldigung, er ist ausgestiegen. Ohne Vorankündigung haben sie einfach den Sponsoring-Vertrag aufgelöst. Was heißt das jetzt für die Obersteierer? Sie haben kein Geld. Das ist natürlich dann auch ein Problem, wenn du gerade so einen Kader hast mit Spielern, die höchstwahrscheinlich jetzt nicht um Peanuts spielen. Das ist grundsätzlich ein Problem, wenn man kein Geld hat. Ja, ist ja klar. Aber wenn du dann natürlich hohe Personalkosten vorweist, dann wird es natürlich noch schwieriger. Ja, die haben halt ein bisschen einen gut gespickten Kader. Die ist volle oben. Ein Problem ist natürlich auch, dass mündliche Absprachen mit Sponsoren scheinbar nicht eingehalten wurden. Betrifft unter anderem Beteiligung an Lohnzahlungen, vor allem eben bei Neuzugängen aus der diesjährigen Sommertransferperiode. Ist ein bisschen blöd, weil ich glaube, dass es ein Mario Leitgepp, der was beim WRC davor war, oder ein Thorsten Schick, was bei Rapid war, auch ein Kevin Friesenbichler, dass die alle nicht um Peanuts spielen. Das ist alles extrem überraschend, dass das nicht auf einer sehr fundierten Basis aufgebaut war. Also bitter für die aktuell Verantwortlichen des DSV, weil die da ja einen Verein geerbt haben, der, ja. Wir können jetzt dann historisch eh nochmal so ein paar Eckdaten durchgehen, aber schauen wir kurz rein in die Pressemitteilung. Picken da ein paar Absätze auch raus. Einerseits wurde geschrieben, diese unerwartete Entscheidung trifft den Verein in einer bereits schwierigen finanziellen Lage und zwingt uns, alle notwendigen Maßnahmen zu prüfen, um die Zukunft des Vereins zu sichern. Was ist jetzt eigentlich die Zukunft des DSV Leoben? Es war immer davon die Rede, dass man im Grunde wohl eh den Wiederaufstieg schaffen möchte. Die Mission 2028 hat weiterhin gelebt in den Köpfen einiger Leobener, aber im Grunde bewegt man sich in eine komplett andere Richtung. Sie sollten, finde ich, Mission 2028 in Mission überleben umbenennen, ohne irgendeine Jahreszahl dazu. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil sonst da hast du schnell einmal ein Insolvenzverfahren am Start in Leoben, am Monteschlacko. Wieder einmal. Wieder einmal. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, es geht da jetzt einfach tatsächlich ums nackte Überleben und irgendwelche anderen Träume sollten wir mal jetzt eher Adapter legen. Ich meine, diese generelle Achterbahnfahrt des DSV Leoben in den letzten 15 Jahren ist eigentlich heftig. Du hast es ja schon angesprochen. Es wäre nicht der erste Konkurs. Den gab es 2009 verbunden mit dem Zwangsabstieg damals in die Regionalliga. Erstmals seit 1956 hat man dann eben nicht mehr in der ersten oder zweithöchsten Spielklasse in Österreich gespielt. 2013 folgte der Abstieg in die Landesliga und dort blieb man dann bis 2022. Also neun Jahre. Im Grunde entwickelte sich da so auch ein bisschen so ein graues Maus-Image in der Obersteiermark. Da waren wenig Zuschauer im Stadion, wenig guter Fußball und im Grunde hat sich der Verein einfach runtergewirtschaftet. 2021 begann allerdings eine neue Zeitrechnung. In Leoben mit einem angeblich potenten Geldgeber wird Mission 2028 gestartet. 2022 Leoben fixiert den Aufstieg in die Regionalliga. Die Zuschauer sind auch wieder zurück, dank Rahmenprogramm à la Melissa Naschenweng. Damals beim Heimspiel gegen den ASK Volzberg vor. 4.000, 5.000 Zuschauer am Monteschlacco inklusive Büro-Show gegen Volzberg hat sie ihren Top-Hit. Ich stehe auf Bergbauern-Burm gespielt, hat da aber die Bergbauern-Burm mit Fußball-Burm ersetzt. Und ein paar Monate später hat man dann schlussendlich auch, ist der sportliche Aufstieg im Grunde weitergegangen. Man ist also in die Regionalliga aufgestiegen und ich finde es halt, Ende 2022 hat man noch geplant, ein neues Stadion für 10.000 Zuschauer zu bauen. Der damalige Obmann O-Ton aus der kleinen Zeitung, nach dieser Saison soll der Umbau beginnen, bis 2024 alles fertig sein. Fast. Wo ist das Stadion, Harald? Wo ist es? Wo ist das Geld? Am Monteschlacco steht das Stadion. Ja, es ist, ich meine, dann war natürlich Kaif Hauptsponsor, der ist dann ersetzt worden durch GGMT. Aus GGMT wurde schlussendlich dann TGI Gold oder TGI AG und die Liga 2-Saison im letzten Jahr war ja auch völlig irre. Carsten Janker nach fünf Runden gestanzt, obwohl er wirklich gut in die Saison gestartet war. René Poms übernimmt, führt den DSV Leoben ins, was war es, Halbfinale des ÖFB-Cups. Man hat eine Siegeserie ohne Ende gefüllt und dann verliest einmal gegen die Wiener und René Poms wird gestanzt. Nein, René Poms schmeißt selbst hin. Schmeißt selbst, Entschuldigung, schmeißt selbst hin und wird durch Carsten Janker schlussendlich wieder ersetzt. Also für mich ist das, was in Leoben in den letzten, sagen wir mal, eineinhalb Jahren passiert ist, inzwischen auf einer Ebene mit den letzten eineinhalb Jahren des FC Wacker in der zweiten Liga. Ja. Ja, wenn man die zwei Geschichten fusioniert, glaube ich, ist das eine richtig gute Story. Eigentlich schade, es hätte ja mal eine Netflix-Doku geben sollen oder sowas, glaube ich, über Leoben. Habe ich jetzt davor beim Durchstöbern durch das News-Archiv auf Laola1.at über den DSV Leoben gefunden. Schade, dass das nicht umgesetzt wurde, weil jetzt könnte man es eigentlich aufnehmen. Das wäre wirklich eine sehr interessante Doku. Wie würdest du es das nennen? Wir hatten einmal den Titel Schlammschlacht am Montagslacko, fand ich eigentlich immer ganz gut. Das kannst du aber nicht alle oben nicht verkaufen, zu Beginn einer solchen Kooperation. Wir würden gerne eine Doku über euch drehen, wir nennen das Ganze Schlammschlacht am Montagslacko. Wir nennen es einfach Mission 28. Mission 28 würde ich besser finden. Du kannst ja nie wissen, in welcher Richtung sich dann so eine Real-Life-Doku on the fly eigentlich auch entwickelt. Ja, es ist total bitter und ich finde es eben schade, dass dann manche Menschen in österreichischen Traditionsvereinen so ein bisschen ein Spielzeug und eine Art Monopoly-Gegenstand verwenden und dem im Grunde höchstwahrscheinlich jetzt dagegen die Wand fährt. Ich meine, sie werden sich wahrscheinlich dann auch wiederfinden, wo sie vor 15 Jahren waren oder vor 10 Jahren und ich bin gespannt, ob man da irgendwie die Kurve noch kratzen kann, aber es schaut momentan nicht gut aus. Gleichzeitig schaut es aber wiederum gut aus für Hertha Wels. Da wird man das wohlwollend aufgenommen haben. Noch einmal ganz kurz vielleicht zum DSV Leoben zurück. Vielleicht hatte die Bundesliga ja doch recht, als sie die Lizenz verweigert hat. Ich gehe davon aus, dass das alles richtig war. Ja, ich meine, wir haben ja, ich glaube in der letzten Saison haben wir ja auch einige Special-Ausgaben zu DSV Leoben gehabt, wo wir diese ganzen Eckdaten, historischen Eckpunkte unter, wie der Zitate aus früher nochmal hervorgehoben haben. Habt ihr eigentlich gesehen, dass bei der Presse-Aussendung sogar der IBAN dabei ist? Also für alle, die die Presse-Aussendung gelesen haben und ganz unten, ihr könnt dann ein bisschen ein Kleingeld überweisen an den DSV Leoben. Ja, nochmal zu dieser Pressemitteilung. Ich meine, wir können da Ihnen noch einen Punkt vorlesen. Und bereits seit Beginn der Saison 2024-2025 befindet sich der Verein aufgrund zahlreicher operativer und strategischer Fehlentscheidungen der damaligen Geschäftsführung in einer prekären wirtschaftlichen Situation. Besonders im Bereich der Profi-Abteilung haben diese Fehlentscheidungen zu immensen Personalkosten und damit auch zu erheblichen Nebenkosten geführt. Ich meine, das muss einem jeden klar sein, dass jetzt ein Carsten Janker, ein Thorsten Schick, ein Mario Leitkip, ein Kevin Friesenbichle jetzt kein Regionalliga-Gehalt bekommen. Dafür ist Leoben jetzt nicht so der Place to be, dass du sagst, okay, das nehme ich im Kauf. So, Alter, ich ziehe nach New York und verdiene ein bisschen weniger. Nur damit man es vielleicht einordnen kann, es gab einen Stürmer, den der DSV Leoben, also noch vor dem Aufstieg, als er damals in der Regionalliga war, ein Monatsgehalt von 9000 Euro. Angeboten? Also hat er nicht unterschrieben? Er hat damals nicht unterschrieben. 9000 Euro, ja. Ja, da wären wir auch zu wenig gewesen. Ja, verständlich. Nein. Hätte ich auch nicht unterschrieben. Nein. Die haben es auch nicht gefragt. Das sind eben die Sphären, in denen man sich bewegt und halt eigentlich zu Unrecht bewegt, wenn man ehrlich ist. Und dementsprechend große Chance jetzt für Hertha Wels aus diesem No-Show vielleicht in der Hinrunde von DSV Leoben da ein bisschen auch der Lachende, nicht Dritte zu sein, sondern der Lachende Zweite. Hat eigentlich Öte jetzt auch gefragt um eine Lizenz? Die waren beim Workshop dabei. Ja. Ich sage euch, am Ende ist ausgeöht der Lachende Dritte. Ausgeöht gegen Hertha Wels. Abwarten, ausgeöht. Die Amateure vom WAC haben aber auch noch gute Karten, glaube ich. Sind jetzt auch nicht weit hinten, oder? Sind nicht weit hinten, ja. Also Hertha Wels 32, Wallern und Öt 29, WAC Amateure 28. Riedermateure 25? Ja. Doppelaufstieg? Ja, ich meine zu zweit werden sie natürlich zwei Spiele kriegen. Auf Lask Amateurin 11. Ja, okay, das wird nichts, aber nein, könnte ja trotzdem entspannter. Vorwärtssteier 13. Das würde ich mir wünschen, Vorwärtssteier, aber das wird nicht stattfinden. Das wird nichts mehr. Ja, bin gespannt. Eine Frage noch zum Abschluss zu diesem Thema. Andi AK AL08, ist die Mission 2028 gefährdet? Eine ganz ernst gemeinte Frage. Gefährdet ist sie ja. Gescheitert ist sie noch nicht. Geht sich alles noch aus. Ja. Toi, toi, toi. Man muss vielleicht einfach die Mission 2028, so wie du gesagt hast, ein bisschen anders uminterpretieren. Apropos Finanzen, auch die Finanzzahlen wurden gestern mehr oder weniger präsentiert, mehr oder weniger, weil neben Austria Klagenfurt auch aus Bregenz keine Kennzahlen genannt worden sind. Was war da los? Also wir kennen ja nur die Version von Schwarz-Weiß Bregenz. Erstens einmal musste der Verein ja quasi drei separate Jahresabschlüsse erstellen, nämlich für den Verein, für die GmbH und dann einen konsolidierten Jahresabschluss für die gesamte Gruppe. Das Problem ist, dass das bisherige Steuerbüro des Vereins sein Mandat überraschend kurzfristig zurückgelegt hat, im Vorjahr und das deswegen alles sehr ein bisschen schwieriger gestaltet hat und länger dauert hat und deswegen sich das neue Steuerbüro es nicht geschafft hat, aufgrund der hohen Auslastung, rechtzeitig einen Jahresabschluss zu präsentieren. Ja, Sie wollen es nachholen. Ja. Müssen es auch, weil sonst gibt es keine Lizenz. Folgendes kam von Bregenz. Wir bedauern es sehr, dass der geprüfte Jahresabschluss nicht fristgerecht bei der Bundesliga eingereicht werden konnte. Dennoch haben wir am 15.10. die vorläufigen für den Lizenzantrag für die Saison 2024-2025 notwendigen Finanzunterlagen fristgerecht eingereicht und die Bundesliga über die Verzögerung informiert. Mehr kann man eigentlich nicht sagen. Ja, also es kann von Punkteabzug bis Geldstrafe natürlich jetzt alles passieren. Ich sage einmal, Geldstrafe ist realistischer, aber die Austria hat letztes Jahr mit einem Punkteabzug gestartet. Bleiben wir gleich im Ländle. Wechseln allerdings die Farben von Schwarz-Weiß zu Grün-Weiß, denn Austria Lustenau hat einen neuen slash alten Trainer. Martin Brenner, der Meistermacher von 2022, ist wieder zurück. Markus Mahrer unterschreibt bis 2026, sprich, die Zeit von Martin Brenner ist vorbei. Ja. Wir gratulieren zum neuen Job. Markus Mahrer. Ja. Nein, ich finde es war so ein bisschen absehbar nach den letzten Ergebnissen, wo es ja wirklich nicht so gut funktioniert hat. Auch am Freitag das 0-2-1 gegen ASK Voltzberg. Also die Leistungs-, die Formkurve von Lustenau ist in den letzten Wochen schon eher nach unten gegangen. Nach unten hat es gezeigt. Ja, ich meine, das war der Anfang der Saison ja eigentlich voll gespickt mit richtig vielen Remis. Jetzt haben sie insgesamt nach 15 Liga-Zwa-Spielen und eben drei Siege, eben neun Remis und drei Niederlagen. Ich meine, davon, die Formkurve hat er jetzt eh, wie ich schon gesagt habe, nach unten gezeigt. Die haben in den letzten sechs Liga-Zwa-Partien einfach nur drei Punkte geholt. Und dass dann die Luft für den Brenner schon dünn wird, war absehbar. Freut mich persönlich sehr für den Markus Mahrer, dass er wieder auf einem Trainerbänkler sitzt und in Liga-Zwa jetzt da wieder sich beweisen kann. Was bleibt jetzt davon, Martin Brenner? Man hat über Wochen lang schon eine stabile Defensive gehabt. Das Problem ist nur, man hat einfach eine harmlose Offensive auch in dieser Saison. Tordifferenz 11 zu 12, das passt halt dann auch nicht. Was bleibt? Nicht viel. Sehr minimalistischer Fußball und ja, Markus Mahrer steht ja ein bisschen für was anderes. Also ich glaube und traue es ihm schon zu, dass er da recht bald einmal die Mannschaft wieder so weit bringt, dass er da offensiv eher in Richtung Feuerwerk umschaltet, als auf Sparflamme fährt. Linus hat die Frage gestellt, wie seht ihr das Mahrer-Comeback? Meint ihr, das kann was werden, beziehungsweise wo kann es für Lustenau noch hingehen? Weiter höher als das vielleicht obere Mittelfeld wird es glaube ich nicht mehr werden bei Austria Lustenau. Also die Sonne Saison einfach mit Markus Mahrer gut abschließen. Ein paar Spieler kennt er ja halt eben auch noch aus seiner Zeit bei Austria Lustenau. Und dann würde ich einfach mal den vollen Fokus auf die nächste Saison legen. Ja, Klassenerhalt und der Rest ist ja eh nur Zugabe in der Saison. Ich glaube nämlich auch, jetzt geht es einfach darum, den Kader, den Verein so umzumodellieren, dass er dann in der kommenden Saison im neuen Stadion in Liga zwar voll angreift und dann kannst du eben mit dieser Euphorie neues Stadion höchstwahrscheinlich dann auch einem guten Besuch, das korreliert meistens miteinander, dass du dann auch den Aufstieg fixieren kannst. Ich finde es eine gute Rückholaktion. Mir hat der Austria Lustenau und der Markus Mahrer auch sehr gut gefallen. war rein vom Fußball her sicherlich einer der attraktivsten Aufsteiger der letzten Jahre. Die haben natürlich ein mega Spielermaterial gehabt mit Mohamed Cham, mit Michael Chikour, mit Haris Tabakovic, mit Brian Silva-Teixeira, der bei Lusano eigentlich gar nicht so eine große Rolle gespielt hat damals, in der zweiten Liga zumindest. Und mir hat das damals schon sehr gut gefallen. Viele sagen natürlich jetzt, ja, aber schau dir die Spieler an, die er damals gehabt hat, von Mohamed Cham hat man jetzt auch nicht in der Form so eine Leistungsexplosion erwarten können. Sprich, ich glaube schon, dass er auch die Spieler weitergebracht hat, mit seiner Art und Weise, mit dieser ruhigen Art zu führen, eine Mannschaft zu führen. Ich glaube, das hat dieser damaligen Mannschaft sehr gut getan. Ganz ehrlich, er ist ja auch in seiner ersten Amtszeit bei Lustenau auch nicht gescheitert an seiner eigenen Arbeit, sondern eher mehr an dem, dass sie einfach viel zu wenige Spieler hatten, dass der Kader einfach nicht reif genug war für die Bundesliga. Wenn das gepasst hätte und gestimmt hätte, kann ich mir schon gut vorstellen, dass Markus Marder eigentlich noch immer auf der Trainerbank wäre und jetzt nicht schon wieder. Man darf nicht vergessen, dass er davor beim FC Torben auch sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Ja, wahnsinnig. Geil eigentlich, der ist 56 Jahre alt und hat seine gesamte Trainerkarriere im Ländle verbracht. Ja, stimmt. Hat das Glück, dass es A, sehr viele Profivereine im Ländle gibt und B, recht häufig den Trainer wechseln. Da wird immer wieder mal was freien. Ich meine, es ist Comeback nach 384 Tagen, damals Entlassung am 13. November 2023. Was hat er eigentlich jetzt in der Zwischenzeit gemacht? Du hast es ja schon gesagt, er hat dann bei einem anderen Ländle-Verein das Zepter geschwungen. Er war kurzzeitig bei Schwarzwald Bregenz, hat dort aber nach sechs Spielen ist er zurückgetreten, aus persönlichen Gründen, hat sich jetzt im Sommer als Trainer fit gehalten, als Trainer des Camps für Arbeitslose-Fußball. Noch ein Take von David Obererlacher. Gut, dass die Verantwortlichen in Lusternow erkannt haben, dass Marder der ideale Trainer für sie ist und war. Er wird in den nächsten Jahren nochmal mit ihnen aufsteigen. Ja, ich glaube, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ich glaube auch, dass sich so gut wie jeder Austria-Lusternow-Fan über diese Rückholaktion freut. Und ich glaube, da gibt es keinen, der da jetzt eher sagt so, ui, Schuhe der Marder, taugt mir ja weniger. Das ist ein historischer Trainer in der Vereinsgeschichte von Austria-Lusternow. So viele Aufstiegstrainer haben es jetzt nicht gehabt. Er ist ja, finde ich, auch ein charismatischer, bleibender Typ. Also ich glaube schon, dass die Spieler, vor allem die, die wir sind, schon kennen, sich auch darüber freuen, dass er jetzt wieder in die Kabine reinkommt. Ich glaube auch, dass es ein gutes Match sein könnte. Markus Marder und Austria-Lusternow kommt also mit Co-Trainer Martin Schneider wieder zurück zu Grün-Weiß und hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter mit dem Rundenrückblick. Unsere Helden heißen Ivo Schneck und Steff und die Trikots sind voller als die Stadien. Bei uns färbt sich die gelbe Wand grün und Messi spricht Georgisch. Anser-Konferenz, der Laola1-Videopodcast zur Fußball-Bundesliga auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wir machen weiter mit dem kompakten Rundenrückblick zur 15. Runde der Admiral 2. Liga und da starten wir mit dem Topspiel Vienna gegen die SV. Gunter Martegritt, Big Points für die Innenviertler. Ja, die Rieder wieder in der Spur. Ja, kann man was sagen. Vor allem die Vienna hatte ja schon auch eine breite Brust nach fünf Siegen in Folge. Aber bei der Partie war dann schon klar, es ist wieder ein enges Ergebnis und der Verein, der das erste Tor macht, wird es wahrscheinlich eben auch gewinnen. Marc Grosse ist einfach perfekt dargestanden, hat den Abrailer genutzt. Und ja, die SV Ried hat es dann eigentlich auch verdient nach Hause geholt. Guter Besuch auf der Hohen Warte vor 2431 Zuschauern und mittlerweile nur mehr drei Punkte hinter der Admirer DSV Ried. Eine Frage von Werner Lulatsch. Sollte Ried den Weg der Münchner Schule gehen und im Winter einfach ein, zwei Leistungsträger der Admirer kaufen? Wenn ja, wen? Ja, fände ich witzig. Sorry, Admirer-Fans. Die Frage ist, auf welcher Position braucht die DSV Ried überhaupt Spieler? Ja, das war bei den Bayern ja auch nie ausschlaggebend, wenn man spielt. Nein, ja, so ein Lewandowski war schon ein guter Transfer. Das war ein anderer Move, aber es waren viele Transfers in den Nuller und Zehner Jahren dabei, wo es die Frage gestellt hat, für was man braucht es. Also erstens einmal, die SV Ried ist auf jeden Fall sympathischer als die Bayern, von meiner Sicht aus. Deswegen werden sie sowas nicht tun. Wen könnten sie holen, damit die Admirer schwächen? Die Horvath zum Beispiel. Zum Beispiel Denialer. Denialer wird einer sicherlich wehtun. Josef Eberbauer wieder zurück zur SV Ried. Vielleicht schafft es die SV Ried ja auch, dass selten die Line abbricht von Anderson und Summers. Und dann gehen sie zur SV Ried weiter. Nein, es sind einfach ganz viele Transfers bei der Admirer aufgegangen in diesem Sommer. Also Thomas Silberberger wird Co-Trainer von Maximilian Senf. Das könnte auch sehr wehtun. Das tut mir weh, wenn ich das höre. Ja, es wird natürlich eh nicht passieren, aber bleiben wir gleich bei der Admirer. 0 zu 0, nur gegen den SV Horn zu Beginn. Schöne Aktion der mitgereisten Admirer-Fans. Pyro Show im Waldviertel. Aber dann ist es kalt weitergegangen nach diesem hitzigen Beginn. Ja, ich meine, ab der 26. Minute die Admirer nur noch zu zehnt. Von daher ist schon klar, es ist ein 0 zu 0. Es war nicht das Wunschergebnis der Admirer, aber es muss dann auch einmal einfach mitnehmen auf dem Weg zum Titel. Ich glaube, sie bleiben noch ganz beruhigt. Sie versprühen da jetzt keine Panik nach diesem 0 zu 0. Also von dem her, alles gut, drei Punkte Vorsprung sind es noch immer. Und wir hohen endlich mal wieder einen Punkt nach fünf Niederlagen in Folge. Und bleiben wir ganz kurz noch beim SV Horn. Ich weiß, ich mache jetzt irgendwen von euch ein bisschen zusätzliche Arbeit, aber können wir kurz das Logo vom SV Horn und von Botev Bloftiv bitte einblenden? Gerne, Harald. Ja, danke. Das ist das Ende der Story schon wieder. Auch Rapid hat ein ähnliches Logo, finde ich, wie der SV Horn und Botev Bloftiv. Botev Bloftiv. Und auch Rapid 2 hat dieses Logo. Die haben beim SV Stripfing gespielt und 3 zu 2 gewonnen. Also sie haben es besser gemacht als die Kampfmannschaft. Ja, stimmt. Guckt jetzt erst drauf oder was? Auch geil. Das ist die späte Rache für das Cup aus. Nein, nein, nein. Es spielt mehr, das habe ich am Freitag eh schon festgestellt. Aber jetzt über die Tage hinweg wieder ein bisschen vergessen. Ja, wunderschönes Tor, die Kombi von Niki Wurmbrand und Tobias Hedl. Blicken wir da nochmal kurz drauf auf dieses Tor zum zwischenzeitlichen 2 zu 1 der Hütteldorfer durch Tobias Hedl. In der Entstehung, Niki Wurmbrand, das ist so ein Messi-Boateng-Kombo auf Liga-2-Niveau gewesen und dann die Vollendung von Tobias Hedl auf Champions-League-Niveau. Welcher Boateng? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Welcher Boateng? Nein, der Jerome Boateng natürlich. Gegen wen hat denn der Messi gespielt damals gegen die beiden? Ach so. Ich dachte, wie der Wurmbrand vorbeigegangen ist, weil vom Speed her hätten wir auch den Calvin Boateng jetzt nehmen können, dass der da vorbeigestochen ist. Ja, da war das Champions-League-Spiel Barcelona und ein paar Dinge in die andere Richtung geht und der Messi vorbeigeht und Ramse hat da jetzt nicht sattelfest ausgesehen, wenn man ehrlich ist. Also da ist er ziemlich leicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Er hatte die Butter nicht einmal. Er wollte sie haben, aber die ist ganz schnell weg gewesen. Sehen wir hier vielleicht auch das grün-weiße Sturm-Duo der kommenden Saison. Niki Wurmbrand und Tobias Hedl. Ich meine, da haben sie ja momentan Probleme. Was ist mit dir im Bellio? Der ist eh auch da, ja. Geht ja das. Ich meine, er ist ausgeliehen. Es ist ein Neues, das ist nicht fix, dass er übernommen wird, ja. Nein, aber schau, ich sage nur so, dass man da in der zweiten Liga wirklich auch mittlerweile sehr gute Spieler nachproduziert bei Rapid. Auch in der Offensivabteilung mit Tobi Hedl, mit einem Niki Wurmbrand und noch ein Bischof, den man jetzt eher schon hochgezogen hat. Also ich glaube, Rapid wäre gut beraten, wenn sie die kommenden Saison von mir als wirklich öfter oben dann einfach einsetzen, weil steigert den Markt wieder auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, die Durchlässigkeit bei Rapid ist ja grundsätzlich sehr hoch. Also ich glaube, da kann man dann wenig bis gar keinen Vorwurf machen. Deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen, dass die da nicht drauf kommen sollten. Haben ja in der Saison auch schon in der Bundesliga gespielt, Niki Wurmbrand und Tobi Hedl, beziehungsweise Niki Wurmbrand, die eh schon vermehrt in der Bundesliga auch im Einsatz gewesen. So, und jetzt kompakt noch vier Spiele, ganz kurz. Ich hätte jetzt auch gern dann einen Wolfsschrei von dir, Patrick. Warum von mir? Ja, weil du das immer machst. Ja, wenn der Töcki Regler vorbeikommt. Au! Ja, warte noch nicht. Zu spät. Nein, nein, warte, warte. Es kann sein Pölten gegen den SV Lavenitz, erster Heimsieg der Wölfe mit dem 3 zu 0. Au! Genau, Liefering gegen Amstetten. Auch da müssen wir auf eine Traumkombo des SKU schauen. Zum 3 zu 1 Endstand Jannik Wanner, Vorarbeit von Cancourt, Grubhofer und Dominik Weichselbraun. Das war richtig schön gespielt von den Mostviertlern. Ja, richtig stark. Barcelona in seiner besseren Zeit. Ich wollte es gerade sagen, Barca-Vibes. Ich meine, Liefering halt eher als erstaunender Zuschauer mit dabei gewesen in dieser Szene. Durchaus, ja. Aber trotzdem wirklich sehr, sehr stark gemacht und nächstes Tor von Jannik Wanner, nächster Sieg für Amstetten. Also da läuft es in dieser Saison wirklich sehr, sehr gut. So, absoluter Banger der Runde. Sturm 2 gegen den FAC. 70 Zuschauer sahen ein unfassbares 0 zu 0 in Gleisdorf. Ja, keine Ahnung, wie kalt es war in Gleisdorf, aber ich muss schon sagen, die 70 Zuschauer muss man dann aber schon noch positiv hervorheben, dass sie sich angetan haben. Du kannst diese 70 Zuschauer nicht positiv hervorheben. 70 Zuschauer ist wirklich brutal. Da waren nicht einmal alle Eltern von den Sturm-Burschen. Ja, das ist nicht die. Was? Die von Sturm 2. Achso. Das sind meistens jüngere Kicker, wo dann vielleicht auch noch die Eltern, der Onkel und die Tante und so zu Besuch sind. Da war keiner. Wo ist die Familie? Wir haben so gut Werbung für Jakob Hödl gemacht, keiner wollte ihn anschauen. Manus Akari noch einmal gespielt unten. Und vor 70 Zuschauer. Vielleicht haben sie in Gleisdorf keinen Glühmein gehabt oder sowas, ich weiß nicht. Ja, aber das ist echt bitter. Nein, sehr enttäuschende Zuschauerzahl. In Gleisdorf etwas besser war die Kulisse in Bregenz. Gegen Kapfenberg, es gab ein 4 zu 0, Renan Hattrick. Aber wie schlecht kann man eigentlich Elfmeter schießen? Ich meine, der hat zweimal gefühlt den Ball nicht richtig troffen, zweimal zentral aufs Tor geschossen und zweimal war er trotzdem drin. Ja, wenn er trotzdem reingeht, dann hat er scheinbar nicht so verkehrt geschossen. Ja, aber komm. Trotzdem muss man sagen, dass das nicht gut geschossen war. Da kannst du mir nicht sagen, dass dieser Elfmeter, auch wenn der Ball hinter der Linie war und jetzt werden viel schreiben, ja, aber der Ball war im Tor, das blablabla, aber er war trotzdem nicht gut geschossen. Wenn man Liga 2 und Hummel wieder machen und vielleicht nach Bregenz fahren, wer weiß es, ich glaube es ja nicht, aber falls wir ein Spiel haben, wo Bregenz dabei ist, dann kannst du dem Renan ja gerne zeigen, wie man einen Elfmeter souverän verwandelt. Ja, das kann ich wirklich sagen. Nein, das war nie meine Stärke. Ich habe nie gerne Elfmeter geschossen. Du hast die über die Freischöte geschossen. Ich habe einen 7 Meter geschossen. Die wirft man beim Handball. Damals U10 natürlich. Aber habt ihr jetzt die Elfmeter oder 7 Meter damals geschossen in euren Jugendteams? Oder dann halt auch beim SVA-Teamnot? Ich war Verteidiger, ich bin nie in Frage gekommen, dass ich Elfmeterschiss. Ich bin hinter dem Harald gewesen, ich war im Tor. Du warst Tormann? Ja, weil ich war der breiteste Junge in der Schule und hat es immer geheißen, der Tiger geht ins Tor. Ich habe das nie, war das jetzt keine Goal, ich meine du scheinbar nicht. Nein. Echt, du hast das keine Goal geht? Also ich habe ohne Schmäh zweimal beim Hallenturnier ein Torwartor geschossen, da war ich schon ganz stolz drauf. Ja, aber du warst echt immer noch im Tor? Ja, aber es hat mir auch richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, mein erstes Trikot war Gigi Buffon von der WM 2006, das schöne Goldene. Ja, aber dann kennst du gar nicht das Gefühl, wirklich einen Headtrick zu spielen. Weißt du, wie geil das ist, wenn du die hundertprozentigen Chancen der Gegner hältst? Das hat mir viel mehr gegeben. Ja, ich habe auch einmal im Tor ausgeholfen, weil ich ein bisschen verletzt war am Knöchel, aber da habe ich vier Tore gekriegt gegen Miesenbach damals. Das war nicht so lustig, finde ich. Miesenbach? Gibt es auch nur Pensionisten, oder? Ja, generell, da woher kommen, gibt es nur Pensionisten. Nein, echt, ich bin zweimal Tor schützen König. Das ist natürlich sehr toll für dich. Wir haben jetzt 21 Tore und es hat einmal ein legendäres Spielgame gegen Rolstorf, wo ich vier Tore geschossen habe. Das ist geil, das ist ganz gut, das muss ich erzählen. Ich habe einfach vier Tore geschossen, nach vier Stangenschüssen. Ich habe den immer noch abgestopft. Ich meine, du erzählst jetzt die Highlights seines Lebens gegen Miesenbach und Rolstorf. Das hat so El-Bandi-Vibes. Nein, Entschuldigung. Ich habe einmal in der U7 gegen Miesenbach einen Elfer ins Kreuzet geschossen. Das gegen Miesenbach ist sicherlich kein Highlight gewesen. Wie gesagt, da haben wir null Tief verloren. Ich bin zweimal Tor schützen König geworden, damals mit 21 Tore, einmal mit 10 Tore. Das nach einer schwierigen Phase in meiner damaligen Karriere, weil mich der Trainer als Libro aufgestellt hat und ich einfach nicht als Libro spielen wollte. Wir können ja eine Teelist mal machen zu deinen besonderen Fußballspielen. Sebastian Diel, kurz, für all jene, die jetzt noch dran sind, wir machen eine kurze Werbungpause und kommen dann zum Quotenfokus von Admiral. Mein erstes, da habe ich gegen Bingo geschossen. Weiter geht's mit dem Quotenfokus. Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das Admiral-Topspieler 16. Runde, das da lautet, Rapid 2 gegen den SV Horn. Die Quoten hierfür Sieg, Rapid 2 1,56, Remis 4,15 und Sieghorn 4,20. Das erste Saisonduell konnten die Rapidler mit 3 zu 2 für sich entscheiden. Was sehen wir am Sonntag zum Abschluss dieses Liga-2-Jahres? Ein Horn-Sieg. Ja, Tipp. Also, 2 zu 1. Wirklich? Also ich sehe da schon eher mehr einen Sieg von Rapid 2 an 2 zu 0. Ich habe nämlich auch gerade erst Rapid mit dem Sieg gegen Stripfen generell starke Hinrunde bislang gespült und hohnt trotzdem schon sehr in Abstiegsnot. Von dem her glaube ich, dass Rapid 2 gewinnt mit 3 zu 1. Wir machen weiter mit der Rubrik Faktswahrer-Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir standen mit einer Frage von mir, Hannes, via Twitter. Kelvin Boateng und der Lask, könnte das passen? Es hat einfach keiner die Frage gestellt und deswegen habe ich mir gedacht, muss ich das reinhauen? Ja, sehr gut. Warum hast du das via Twitter und nicht via Plus hergestellt? Ja, stimmt. Oder Lowlands. Ich habe es dir nicht einmal geschrieben, es ist eigentlich eine Lüge. Sehr gut. Die oberstischen Nachrichten haben berichtet, dass sich der Lask mit Kelvin Boateng beschäftigt. Der Lask braucht natürlich dringend neue Stürmer, weil er hat in der Wintertransferzeit noch erst einen verpflichtet. Ja. Also sie versuchen jetzt die Sturmposition auch so aufzublasen wie die Innenverteidigerposition. Dass es so zwei solche Zonen gibt. Fünf. Innen am Anschluss. Genau, fünf. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass er da gut reinpassen würde. Ich glaube, dass er jetzt gerade dieses Package bei der Wiener sehr gut harmoniert. Ich verstehe es natürlich auch, dass er vielleicht den nächsten Step machen muss. Ich glaube, Kelvin Boateng und Max Eintrup? Ich weiß es nicht. Vor allem, du hast ja noch Marin Lubecic auch drinnen. Ja, jetzt kommt noch der… Der wird verkauft. Ja, wie immer. Aber jetzt hast du dann eben auch noch diesen US-Amerikaner, der weiß jetzt auch noch kommt aus der MLS. Und dann holst du dann noch einen Kelvin Boateng. Also, da, da, da. Weiß ich nicht. Ich bin mir natürlich auch der Last der richtige Verein für Kelvin Boateng. Also, gerade aufgrund der Konkurrenz. Ich glaube, da gibt es andere Vereine, wo er vielleicht mehr zum Spielen kommt. Vielleicht wollen sie einfach das Image von dem Namen Boateng in Linz einfach aufwerten. Ich weiß es nicht. Dass der Trikotverkauf weiterhin gut ist und jetzt aber positiv. Boateng Washing. Boateng Washing in Linz finde ich geil. Weitere Frage vom Rafi via Instagram. Was wird sich mit dem Kader von der Atmira ändern in der Winterpause? Tormann, Spieler? Ich glaube, ganz ehrlich nicht viel. Also, ein Thomas Silberberger ist ja auch nicht müde zu betonen gewesen, dass er einem Florian Kaltenböck sehr wohl auch das Vertrauen gibt, obwohl er ja eigentlich nur als Dreier-Goli eingeplant war. Er macht ja auch einen guten Job und ich glaube, nachdem das bislang eh so gut läuft, das Weikel bei der Atmira wird sich nicht viel tun. Es sei denn, es geht mehr. Die Esferiert verpflichtet sieben Spieler der Atmira. Lukas Jung wird sein Stadtreff-Dipo in der Bundesliga für den Last gefeiert. Letztes am Wochenende gegen die Austria. Ja, ich glaube schon, dass sie irgendwas werden sich schauen und tun. Ich glaube, irgendwas passiert immer. Aber sie werden schauen, dass sie den Kader so zusammenhalten, also dass da so wenig wie möglich, glaube ich, in diesem Winter passiert. Werden es zumindest schauen. Verhindern kannst du es dann unterm Strich eh nicht, wenn jemand von der Bundesliga anklopfen sollte. Aber ich glaube, dass die Basis eine sehr gute Basis gelegt ist bei der Atmira und dass man auf dieser Basis auch aufbauen kann. Abschließende Frage vom Speckkopf. Wird in diesem Jahrtausend, Entschuldigung, Jahrhundert, nochmal jemand sportlich aus der zweiten Liga absteigen? Ich würde sogar sagen, in diesem Jahrzehnt. Ich würde sogar sagen, in dieser Saison. Wieso glaubt man nicht, dass in der Saison das keinen sportlichen Absteiger gibt? Die Lizenzierung ist noch so weit weg. Abwarten. Wie viele sportliche Aufsteiger es gibt überhaupt. Welts aus der Salzburg und Abwarten. Imst? Nein. Oberwart. Oberwart. Ja, haben wir eh schon drei Aufsteiger. Haben die schon eine Lizenz? Gefühlt. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass es in diesem Sommer einen sportlichen Absteiger geben wird. Mindestens. Um es so zu beenden, wie wir angefangen haben, Mission 2028. Bis dahin wird es einen geben. Sehr gut. Schöner Abschluss. Deine Spaß, Patrick. Sondern bei denen jetzt rotiert wieder die Position daneben dem Harald. Tiro Schade, wie immer das Sebastian übernimmt beim Lola 1 Tippspiel. Ich habe jetzt leider nicht rausgesucht, auf welcher Position ich mittlerweile bin. In der Liga 2 Gruppe tippt auf jeden Fall mit Lola 1 Tippspiel. Ich könnte nach wie vor mitmachen. Hast du das vielleicht offen? Nein, das ist nicht offen. Du bist extrem weit vorne und richtig stark. Und wenn du alle Spiele tippt hättest, wärst du eigentlich schon fix Meister. Das stimmt. Ich habe ja heute schon davon gesprochen, dass ich mein erstes Meisterschaftstor gegen Bingo erzielt habe. Das war eine abgerissene Flanke, die dann ins Tor gegangen ist. Aber meine ersten Tore generell bei einem Pflichtspiel, das war ein Freundschaftsspiel gegen St. Jakob. Ich glaube, da haben wir 16 oder so gewonnen. Da habe ich zwei Tore geschossen. Da hat mein bester Freund damals in der ersten Halbzeit das erste Tor geschossen. Und habe mir gedacht, nein, jetzt hat der Tor geschossen, jetzt muss ich auch nachlegen. Da habe ich zwei gemacht. Bitte schreibt kurz in die YouTube-Kommentare, ob er an einer Autobiografie von Hannes Kristoffer jetzt interessiert wird. Oder am Podcast darüber. Er könnte sich in den Weihnachtsferien hinsetzen und vielleicht ein Buch über seine fußballerischen Hildendaten schreiben. Wir können sagen, wir machen das gleich wie der Karl Nehammer, statt Karl, wie geht's? Hannes, wie geht's? Und ich rede einfach ein bisschen über mein Leben. Das machen wir zweimal in der Woche, das heißt 1er-Konferenz und 2er-Konferenz. Ja, okay, aber das ist jetzt ja nicht, aber das ist der Vogel, also viel zu wenig. Ja, finde ich auch. Von dem her taugt es mir nicht. Sebastian, du bist da. Du tippst jetzt an die 16. Runde der Admiral 2. Liga. Gehen wir es an. Bist du ready? Ich bin ready, ja. Esko Amstetten gegen den ASK Vorlesburg. 1-0. SV Ried gegen den SV Stripping. 3-0. Esko in St. Pölten gegen den FAC. 1-1. Okay, Punkt für den FAC. Wiener gegen Liefering. 2-0. Also die Töblinger kehren wieder zurück auf die Erfolgsspur. Kapfenberg gegen Admira. 1-2. Bin ich gespannt. Admira hat ja das erste Saisonduell verloren gegen Kapfenberg. Damals sehr sehenswertes Tor von Lewand Eloschwili. SV Lavenis gegen Austria. Lust dir noch das Debüt. Also die Rückkehr von Markus Marder. Ja, Trainer-Effekt 1-2. Ich glaube gegen Lavenis brauchst du nicht mal einen Trainer-Effekt. Schwarz-Falz-Prägenz gegen Sturm 2. 0-2. Sarkarier-Doppelpack. Spielt Sarkarier wieder in der 2er? Weiß ich nicht. Weiß sehr gut. Und abschließend. Der Jahresabschluss in Liga 2. Rapid 2 gegen SV Horn. 3-0. Also etwas anders als der Patrick. Nein, Durst. Durst Horn. Ich habe schon wieder alles vergessen. Ich war nur mit dem Bingo in St. Jakob unterwegs. Alles gut. Das war die Zweiterkonferenz. Dir liegt noch irgendwas auf der Zunge scheinbar. Nein, überhaupt nicht. Du schaust zur Frage. Ich schaue, wann ich endlich gehen kann. Sehr gut. Abonniert und liked und gebt Herzen und Sterne und alles drum und dran. Und was, weil wir nächste Woche das Team der Herbstsaison wählen, könnt ihr uns auch gleich in den Kommentaren eure Vorschläge raushauen. Wer soll da nicht fehlen? Also welchen Spieler müssen wir unbedingt in dieses Team der Herbstsaison reinwählen? Nächste Woche dann mehr in einer Ansaparnia zur Herbstsaison der Admiral 2. Liga. In diesem Sinne noch eine letzte Runde. Gönnt euch Liga 2 Flowlines und tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao. Ciao. Ciao.